Von Ende Mai bis voraussichtlich September werden diverse barrierefreie Bushaltestellen im Stadtgebiet mit Orientierungshilfen für Sehbehinderte und Blinde Menschen ausgestattet. An einigen Bushaltestellen werden außerdem Fahrradanlehnbügel installiert. Im Rahmen der Bauarbeiten kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Ersatzbushaltestellen sind gegebenenfalls eingerichtet. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite der Stadt Salzgitter. Am Muttertagswochenende fand im und um das städtische Museum Schloss Salder wieder das traditionelle Museumsfest statt. Der Leiter des Fachdienstes Kultur der Stadt Salzgitter, Hartmut Schölch, eröffnete mit einer kurzen Ansprache das muntere Treiben. Neben dem Kunsthandwerkermarkt und einem bunt gemischten Bühnenprogramm auf dem Schlosshof kamen auch die Kleinsten bei Kasperle Theater und Karussell auf ihre Kosten. Im Schlossgarten waren neben mittelalterlichem Schaukampf und traditionellem Handwerk auch verschiedene andere historische Darsteller vertreten und standen gerne für Fragen zur Verfügung. Auch der Zeitvertreib mit mittelalterlichen Spielen und den von der Museumswerkstatt gebauten Spielgeräten sorgte bei den Besuchern für großes Vergnügen. In der Gedenk- und Dokumentationsstätte KZ Drütte wurde bereits im Mai der neue Seminarraum eröffnet. Der Raum ist Teil des Projekts zur Erweiterung der Ausstellungsfläche und der pädagogischen Arbeit. Seit 1994 befindet sich auf dem Gelände der Salzgitter AG die Dauerausstellung. Sie wurde 2022 mit der Unterstützung zahlreicher Akteure neu gestaltet und erweitert. Um Bildungsarbeit durchzuführen, war ein funktionierender Seminarraum notwendig geworden, erklärt die wissenschaftliche Mitarbeiterin Dr. Theri Arias. Nach der Erweiterung der Gedenkstätte ist der neue Seminarraum ein wichtiger Meilenstein in unserer Bildungsarbeit hier am historischen Ort. Denn in der Gedenkstätte findet regelmäßig Bildungsarbeit statt. Die Nachfrage nach Tages- und Wochenseminaren ist weiter gestiegen. Mit dem Seminarraum kann der Bedarf nun gedeckt und erweitert werden. Das Projekt zur Erweiterung der pädagogischen Arbeit der Gedenkstätte und zur Einrichtung des neuen Seminarraums wurde mit insgesamt 297.000 Euro von der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten, der IG Metall sowie der Stadt Salzgitter gefördert. Weitere Informationen zur Nutzung des Raumes findet man auf der Seite der Gedenkstätte. Ab sofort können in der Bibliothek Setzlinge fleißig getauscht werden. Die Stadtbibliothek eröffnet eine kostenlose Tauschbörse im Rahmen des Projekts Saatgutbibliothek. Bürgerinnen und Bürger können Setzlinge in den drei Bibliotheksfilialen während der Öffnungszeiten abgeben. Im Gegenzug können bis zu drei Setzlinge aus der Tauschbörse mitgenommen werden. Das Ziel ist es, die Sortenvielfalt in Privatgärten zu fördern und überschüssige Pflanzen zu tauschen. Bibliotheken stehen für einen niederschwelligen Zugang, somit auch für Informationen zum menschgemachten Klimawandel und Nachhaltigkeit, welches große gesellschaftliche Themen sind.